Er ist ein Killer. Er ist unerbittlich. Seine Beute 20 Millionen Euro. Doch um damit zu entkommen, braucht er einen zuverlässigen Partner. Los, Hände hoch, das ist ein Überfall. Her mit den Mäusen. Was ist das? Das sind Yen, Monsieur. Ich will keine Chinamoneten. Mann, was für ein Saftladen ist das hier? Eine Wechselstube, Monsieur. Meiner Einschätzung nach ist er nicht verrückt. Er ist dumm wie Brot. Was machen Sie denn da auf dem Bett? Sehen Sie nicht, dass Sie auf jemandem sitzen? Oh, Verzeihung. Rübi! Scheiße! Rübi! Scheiße! Scheiße! Rübi! Sie sind das perfekte Team. Mann, was soll der Blödsinn? Wir hauen ab, mein Freund. Wir reißen raus. Du Vollidiot! Sie sind echte Freunde. Also, sind wir jetzt dein Team? Willst du mich verarschen, oder was? Aber nein, wieso? Niemand kann so bescheuert sein. Du kannst mir nichts vormachen. Du bist viel intelligenter, als du aussiehst. Kennst du das? Der Kuh, die furzt. Und zusammen sind sie unschlagbar. Siehst du die Augen? Wie deine. Rübi ist verletzt, das heißt behindert. Der andere ist es von Geburt an. Gerard Depatieu. Erwischt. Und Jean Reno. Dank dir habe ich eine kaputte Hüfte, die Schulter ausgerenkt und eine Kugel im Rücken. Was sieht dein echter Plan vor? Einen Schädelbruch? Nein, keine Angst. Rübi und Quentin. Der Killer und die Plätte. Ich hätte eine Bank überfallen sollen. Es gibt einer. Ein Stück die Straße runter. Eine Zweigstelle? Marsch, Hände hoch, das ist ein Überfall. Demnächst im Kino. Das ist ein Überfall.